ideen kommt wie eine fremde frau gibt ihre brust für drei tage damit der mann verwandter wird von ihr ja und dann mit ihr zusammenarbeiten in einem in einem büro das ist alles was die islamische welt an intellektualismus anzubieten und leute ich bitte euch ich bitte euch also so so wieder leider nicht geklappt aber das ist ja nicht schlimm so geht das ja auch und dann stellst du mich ja also ich gucke mal wer so jetzt alles hoch möchte ich mache jetzt mal den sabbalan mit ein und dann können wir alle drei eine nette netto ja ich grüße dich mein lieber ja hallo und zwar ich hatte auch mit ihm bei facebook geschrieben und ich muss sagen dass ja ja und ich muss sagen dass ich wohne in bonn und dass die probleme auch hier sehr stark sind und zwar ich hatte auch einen deutschen kollegen da kennen sie diese sag ich mal islamische dieses gymnasium wo jetzt mehrheitlich muslime sind ja ja mein deutscher kollege der wurde auch damals runter gemobbt weil er also er hatte längere haare und die haben ihn immer als schwul oder transe bezeichnet und er hatte auch teilweise eine gehirnerschützerung bekommen und wirklich der junge ist jetzt komplett traumatisiert also der sitzt jetzt nur zu hause der traut sich nicht mehr raus und seitdem war dann nicht mehr derselbe also ich sehe auch die probleme selber und ich muss an sich sagen an sich war ich auch er also als ich habe kenne auch michael stürzenberger länger und 2008 also 2018 da war ja auch mal hier in bad godesberg und damals dachte ich mir so ja okay kommen der dessen hetzer oder so aber jetzt sehe ich es halt selber so die probleme und muss halt schon sagen dass das auch wirklich sage ich mal jetzt ja langsam auch zu spät also nichts dagegen unternommen wird ja ja also also das sind die anfühlen ja je mehr muslimische einwanderer ins land kommen desto mehr bullies bekommen wir leute die andere heraus drängen unterdrücken in die ecke drängen weil sie einfach aus aggressiven kulturkreisen kommen und da ist schon ein 13 jähriger syrischer junge der übernimmt damals schnell schnell das kommando ich erinnere mich in hamburg oder in köln haben drei syrische teenager im alter von 13 bis 15 jahren eine frau vergewaltigt ja also da muss man sich mal vorstellen dass so drei kinder sich auf eine frau stürzen können und eine frau mitten im park vergewaltigen können das ist ein gigantisches problem und diese aggressiven kulturkreise natürlich was was können wir dagegen tun wenn wir in einem klima von lgbtq fehlenden testosteronwerten in der deutschen bevölkerung feigheit umerziehung der grünen über 40 jahre lang haben sie die deutschen eingeschüchtert in ihre ihren patriotismus ihre identität ihre stärke aberzogen die falsche nahrung dass die menschen schwach gemacht hat die leute haben sich zu sehr auf den staat verlassen ja bei jeder kleinigkeit rufen wir den rechtsstaat wie kennen dass die auseinandersetzung gar nicht mehr und dann kriegen wir plötzlich menschen aus islamischen diktatoren diktatoren nach deutschland die immer gelernt haben ein konflikt löse ich immer mit meiner forst ja da schreie ich jemanden hier fährt klein und 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 wenn es sein muss haue ich ihm einen auf die schnauze das ist die kultur sagen wenn ich einen moment zeit bekomme das ist das problem wir gucken erstmal zu die zuwandern von anderen ländern die und die zu uns kommen also aus arabischen islamischen ländern die zu uns kommen für hilfe aber das ist nicht nur das problem das problem ist dass wir so erzogen werden so muslimen sowie ich wir werden so erzogen und ich bin jetzt in einem punkt gekommen deshalb habe ich gesagt ich möchte gerne da später darüber reden wir müssen wir selber wie muslimen selber müssen erst mal wissen woher das kommt und wenn ich gucke zu uns marokkaner ich bin marokkanerin und komme ich bin also von einer msr und wenn ich gucke wieder islam zu uns gekommen ist das ist was ganz anderes als wie meine eltern es mir gesagt haben und es ist so schlimm islami also islami islami in unserer kultur dass die islamisierung sehr der kultur und unseren gemeinschaft wird zwischen uns schon sehr viele problemen haben und zum beispiel kann ich dir sagen kleine mädchen die mit neun zehn elf jahre mit kauftuch in die schule kommen natürlich wollten wollen die die eltern damit damit bezeugen dass die die eltern lieben und dass die die kauftuch lieben aber wenn du das mädchen fragst warum trägst du den kauftuch kann sie das zu 100 prozent nicht antworten und warum nicht weil die die eltern vertraut wir vertrauen unsere eltern egal welche ob du christ bist oder jude oder musik wir vertrauen unsere eltern als kind kannst du bist du schon in die schule und zu hause voll im jungen alter am kämpfen mit dir selber weil du nicht verstehst und nicht verstanden wirst du verstehst nicht du kriegst nicht die richtige beleuterung dazu also die 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 sagen wir werden nicht islamisch erzogen und werden damit auch kommen was denkst du darüber oder was für wie fühlst du dich dabei oder ist es okay wenn du das einzige mädchen bist in der klasse mit kauftuch und da anderen sind die gar keine muslime sind das sind sachen was wir was ich denke was fehlt in meiner gemeinde also als islamische marokkanische gemeinde fehlt dass die erziehung und wenn man guckt zu uns muslimischen die islamische erziehung ist das die gegenspiegel als die erziehung die wir in die schule bekommen ja genau oder die erziehung die wir draußen gelitten gelernt haben oder die erziehung die wir von anderen menschen erwarten also da fängt das bei mir an also es ist egal ob einwander kommen und die nehmen deren extremistus also das was die denken dass es gut ist das nehmen wie mit und das ja das ist auch ein problem aber dass es ist nun mal so die zuwandern waren schon in die 80er gekommen ganz holland ist vor allem mit den muslimen und ganz deutschland auch also was ich denke ist wir müssen versuchen so zu gucken wie wir miteinander so besser leben können und vor allem wie unsere kindern geschützt werden können und das ist eigentlich mein ziel was ich damit erläutern will und ja jetzt habe ich auch noch sagen wollte also es gibt viele die schreiben hier dass wir angeblich ja hass verbreiten und so das stimmt aber gar nicht also wir kommen selber aus dem kulturkreis und wir kennen unsere pappenheimer sehr gut und ich war auch damals einer dieser leute und ich glaube wir waren auch eigentlich also ich war auch an diese leute damals so meinten ja okay flüchtlinge so warum nicht helfen und so man wir sind ja menschlich und so also das ist halt das was wir ja denken aber wie gesagt dass meine naivität wird halt einfach nur ausgenutzt mittlerweile also die meisten sind hier wirklich auf einmal nur auf beutezug und an sich schreiben ja auch viele dass er nur geld machen will aber das stimmt auch gar nicht also ich glaube wenn kian jetzt hier muslim wäre würde er viel mehr kohle bekommen wenn er sich jetzt wieder mit seinem ayatollah kostüm hier hinsetzt es gibt ja auch andere ex muslime wie zum beispiel diesen apostate prophet heißt ja und alle seine videos bei youtube sind zum beispiel nicht monetarisiert und auch von sage ich mal kritikern werden ja auch die bank konnten alle gesperrt zum beispiel also dass wir hier nur geld machen wollen ist ja kompletter schwachsinn also mal mal abgesehen davon ich habe hier einen youtube channel ja auf meinem radar podcast kehren kermanschahi und auf diesem podcast ist zwar mein channel monetarisiert aber alle meine videos die ich produziere und alle meine live streams sind von der von der geldmacherei ausgeschlossen das heißt youtube erlaubt mir nicht mit meinen streams und mit meinen videos geld zu machen das also ich verdiene gar nichts wodurch habe ich denn ich gehe arbeiten die brauche doch gar kein geld gibt es ja auch im endeffekt in gefahren also das ist ja auch die sache also im endeffekt ist es ja ein hoher preis sind wir auch zahlt also du bist eigentlich mehr als als das was du eigentlich reinkriegen könntest du machst es halt trotzdem und ja und was habe ich denn als ex muslim ich habe gar nicht entschuldigung nur ganz kurz nur ich habe als ex muslim gar nichts davon außer anfeindungen probleme die antifa ist hinter mir her ich muss jederzeit damit rechnen wenn ich in deutschland in diverse städte gehe dass ich dort angegriffen werde beleidigt wiedererkannt werde meine briefkästen in den sozialen medien sind voll mit hetznachrichten mit androhungen mit beleidigungen mit todeswünschen also wer setzt sich freiwillig so einem klima aus ja jemand der geld haben will befestigen also bestätigen nicht jeder also ich finde jeder darf die chance bekommen in dem land wo die dann gerade sind also ich ich fühle mich als ich habe ein riesen chance gehabt und diese chance habe ich genutzt und mein dass meine eltern aus einem armen land gekommen sind ohne rechten die araberisierung da und die sind da geflüchtet und sind dann in holland gekommen und mein vor also mein großeltern zum beispiel und ich habe den glück gehabt dass ich in holland geboren bin und dass ich die privileg habe meine meinung zu sagen das ist ein riesen privileg und ich finde das sollte jeder hat also wenn ich gucke zu den zuwanderern sind davon sind ein mann und drei frauen drei frauen mit mit 20 kindern zum beispiel und hierhin kommen obwohl die das eigentlich da schon nicht wollten also die haben dann so eine chance um deren falls sie an den regeln natürlich na also das ich finde sollten eine neue erziehung bekommen und so et cetera es ist ja nicht einfach es ist ja auch nicht ein ganz einfachen knack die du machst mit deinem kopf aber ich finde solange du menschlich bist und solange du denkst du möchtest nur das beste für für deine menschheit oder das zusammen sein was weil wir leben zusammen das ist nun mal so und dafür kann ich mich nicht darauf stellen auch alle ausländer raus oder alle zu wandern wieder zurück das bin ich ja das ist wieder gegen der würde und das deshalb will ich damit bestätigen das ist der urproblem und das kommt aus der erziehung und das problem ist dass die nicht mal wissen was die sagen weil wenn du die bücher öffnest dann liest du was ganz anderes ganz anderes als wie wir erzogen sind und das ist ein nicht nur eine bestätigung aber als kind oder als frau oder als man in einer gesellschaft wo nur muslime sind und dann deine meinung geben oder fragen das ist sehr schwer also wir kämpfen nur nicht um zu zeigen dass wir normale menschen sind und auch lieben und auch jeder respektieren es ist mir egal ob was mein koran gesagt hat ich habe das so gelernt von meiner eltern so aber das problem ist dass es nicht akzeptiert wird und wir werden dreifach bekämpft ich werde nicht nur bekämpft durch marokkaner aber auch durch immersieren und dann über aber und weil ich auch ein niederländerin es sind so viele es ist so viel druck was man bekommt nur für eine frage und die frage ist was ich auf tik tok fast zwei jahre eine frage und keine konnte das beantworten ich kann dann antwort aber als so für mein zuschauer dann in mein life welcher rechte hat die islam die frau gegeben was die regierung mir nicht gegeben hat also zum beispiel ich bin kein muslimin ich bin ein niederländerin oder eine deutsche und ich möchte gerne muslimin werden dann frage ich mich was gibt allah oder was sagt der propheten was ich als habe in diesem leben was die anderen muss also nicht muslim nicht profitieren können weil die ja keine musliminnen sind die müssen das erstmal werden was ich das habe ich dass ich muss dich da unterstützen was ist am islam so einzigartig dass menschen muslime werden wollen abgesehen von der frage dass sie glauben dass allah ein gott ist aber was ist so einzigartig an den islamischen gesetzen oder an der islamischen moralehre dass jemand das nicht außerhalb des islam finden kann ich habe gemerkt dass alles was der islam sagt ist im grunde genommen von sehr schlechter moral ich habe viel bessere moralvorstellungen gefunden als im islam ja ich diskriminiere menschen nicht aufgrund ihrer religionszugehörigkeit und mache sie zu schutzbefohlenen zu simmis ja ich fange auch nicht an die hälfte der welt zu hassen weil sie zum beispiel mehrere götter anbeten weil es mir wurscht ist ob jemand zehn oder zwanzig götter anbetet der mensch die trotzdem vordergrund aber bei einem muslim spielt immer eine rolle wer gerade welche religion hat und wenn er die falsche religion hat dann ist das schon raus aus diesem club und wo was ist das für eine moral die glaubt dass der prophet mit seinem finger den mond gespalten hat auf einem halb fährt halb himmlischen wesen namens burak in den namens ja wer glaubt dass das töten von menschen die dem propheten mohammed durch gedichte beleidigt haben wer glaubt dass menschen die den islam verlassen getötet werden müssen die die glauben an eine sehr schlechte moral und das ist das was ich gewonnen habe die 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 un menschenrechts charter ist absolut in ordnung sie schließt alles ein so hätte ich mir die sprache von gott gewünscht ja alle menschen sind gleich es gibt keine unterschiede bei den menschen wir müssen sie respektieren und so weiter und so fort aber wenn man mal vergleicht es gibt die un menschenrechtscharta von 1949 und dann gibt es die die islamische kairoer erklärung die die bitte du kannst diese größe auf dem bild weil dann und dann und dann ist die frage stellt euch mal die un menschenrechtserklärung vor und dann googelt mal die die kairoer menschenrechtserklärung der islamischen staaten von 1972 und stellt diesen wisch aus kairo mal der menschenrechtserklärung der un gegenüber und ihr werdet sehen ihr werdet wirklich sehen wie primitiv der islam ist wie primitiv die moralgesetze in im islam sind wenn ihr euch mal den un menschenrechtscharta anschaut und da merkt man eindeutig dass diese religion ist nicht fähig ins 21 jahrhundert zu kommen und sich hier zu etablieren und deswegen ist der islam auch nicht kompatibel mit westlichen gesellschaften und deswegen glaube ich auch nicht dass die westlichen gesellschaften mehr muslime aufnehmen sollten und und stattdessen wieder viele muslime nach hause schicken sollen zum beispiel auch die geflüchteten ja damit wir wieder ein bisschen mehr frieden in unsere gesellschaft bekommen der islam kann kein garant für frieden sein und das hat mehrere gründe warum der islam nicht in der lage ist frieden in einer gesellschaft zu schaffen es gibt keine muslimische gesellschaft die befriedet ist wo der islam es geschafft hätte frieden in die gesellschaft zu bringen warum weil der islam per se eine kollektivistische religion ist wo das wo es ein stammhirn gibt das ist der führer und dann müssen sich alle dem führer das ist der prophet Mohammed hinter mir das ist der prophet Mohammed er reitet auf dem spaghettimonster wo sich alle dem kollektivismus unterwerfen müssen wo das fragen im islam eine straftat ist es ist nicht erlaubt im islam kritische fragen zu stellen besonders wenn der prophet Mohammed eine anweisung gegeben hat dann wird die anweisung nicht hinterfragt wenn Allah eine anweisung gibt im koran darf diese anweisung nicht hinterfragt werden es darf gefragt werden was dieser vers bedeutet es darf nicht hinterfragt werden ob der vers moralisch gut ist ja und wenn ihr als ich das als muslim noch gemacht habe und nach diversen surah kraft nach der geschichte von ritter und musa gefragt habe habe ich gemerkt diesen unmoralischen schrott in surah kraft dann habe ich sogar 65 vers 4 mir angehört surah talak wo es um die warte zeit die warte zeit für geschiedene frauen geht und ich dann plötzlich festgestellt habe dass man auch kleinkinder und babys heiraten kann laut diesem koran vers surah 34 vers 4 wonach man eine frau zum beispiel schlagen darf die ungehorsam gegenüber ihrem mann ist und es spielt dabei überhaupt keine rolle ob nach abdulla ibn abbass nur dreimal drauf tippen auf den arm einer frau gemeint ist allein dieser regelung allein die anweisung im koran dass der mann überhaupt die hoheit über die züchtigung seiner partnerin hat ist muss man schon den ganzen koran verwerfen ich hätte es begrüßt wenn der koran gesagt hätte die leute sollen sich gegenseitig ermahnen ja und sich gegenseitig zum guten aufrufen und niemand darf den anderen schlagen aber watriya watriya bihuna ja und schlagt sie die richtige ist also erstmal also die frau sollte dass das ist ihr erster recht der erste recht für die muslimen ist von der figurierung der sie soll zuhause bleiben und daran kann man denken warum soll sie zuhause bleiben damit sie nicht anderen männer keine ahnung was an macht und so nicht reden ihre stimme ist ein fitner selbst wenn man parfüm trägt kann man ein sonder begehen viele sachen du darfst deine auferbrauen darfst du nicht epilieren du darfst keine hand geben an keine leggings anziehen darf nicht laut auftreten weil das ein zeichen der jahriya war so haben die frauen sich für in der jahriya benommen übrigens diese ganze jahriya mythos ist unsinn wenn man mal studiert wenn man mal studiert wie das vor islamische leben war und man vergleicht die islamischen texte dann werdet ihr sehen dass das vor islamische leben nicht so schlimm war wie immer gesagt wird ja frauen waren nicht in der vor islamischen zeit so unterdrückt wie die islamischen sieger siegergeschichte immer behauptet sondern es wird immer darauf hingewiesen dass mit dem islam so etwas wie freiheit für frauen gekommen ist dabei hat der islam auf ganzer linie die freiheiten der frauen eingeschränkt schaut euch das mal an wenn ihr euch mal die persönlichkeiten in der mekanischen die weiblichen persönlichkeiten in der mekanischen zeit anschaut wie viele jüdische frauen zum beispiel oder wie viele frauen auf dem marktplatz gestanden haben in mekka und medina und haben laute gedichte vorgetragen oder wie viele frauen führer von stämme waren ja oder sie viele frauen im krieg angeführt haben ja hint ist so ein beispiel zum beispiel da dann dann musst du eins plus eins zusammenrechnen dass die vor islamische geschichte tatsächlich nicht so gewesen ist wie die islamische siegergeschichte schreibt schauen wir uns das leben von radica an radica war zwei oder dreimal verheiratet sie war eine unabhängige business frau sie hat muhammad um die hand angehalten sie hat ihn versorgt sie hat bedingungen gestellt eine der bedingungen war zum beispiel oh muhammad solange du mit mir verheiratet bist darfst du keine zwei dritte oder vier frau heiraten und das hat muhammad auch eingehalten er hat zwar kohle dafür gekriegt aber er hat das eingehalten das heißt sie hatte einen starken einfluss und frauen die nach der islamischen geschichte verkauft und gekauft worden sind und weggeworfen worden sind und ermordet worden sind nur weil weil ja man lust hatte die haben nicht so eine vergangenheit vor dem islam dabei war es radica die so eine geschäftstüchtige frau war übrigens als radica von ihren toten ehemännern geerbt hat hat sie das volle erbe von ihren männern bekommen als der islam gekommen ist haben die frauen kriegen die frauen nur noch ein achtel oder die hälfte ihres erbes je nachdem die hälfte als ihr bruder also ihr bruder zum beispiel kriegt 50 und dann kriegt die frau ihre schwester 25 was ein ganz komischer logik ist also da komme ich auf jeden Fall darauf hin das ist das ist auch die sache warum warum bekommen wir zweifel das ist die erste warum zweifeln wir an unser glauben also ich bin als muslimin bin ich geboren halt und ich habe gelernt jeder ist ein muslim wenn er geboren ist bleibt er ein muslim und das sind die eltern die anderen gedanken beibringen an die kinder damit die dann eine chance haben oder eine richtung also es sind die eltern die die helfen also groß zu werden also jeder ist geboren wie ein muslim und nach der zeit wo ich dann älter geworden bin und viele sachen mitbekommen haben und die hocker also die die unterdrückung gefühlt haben obwohl ich in mitten in holland gelebt habe aber nicht nur von den holländern aber auch von meiner gemeinde habe ich gedacht und ich habe es geliebt das problem ich habe geliebt um muslimin zu sein und es fängt an mit der zweifel und wenn du zweifel hast dann gehst du suchen und du hast ja auch eine hijab getragen richtig noch vor einem jahr ich habe ja bilder gesehen wie du hijab getragen hast also gott sei dank ich habe ganz schriftlich also ich habe auch eine ehe eingegangen auch ein ganz islamischen rechten also mit hand anhalten keine partner zu haben bevor die ehe ich habe zum beispiel gar keine freundinnen gehabt die christinnen oder juden oder nicht muslimen waren aber ich durfte mit denen spielen aber nur nicht zu denen nach hause so die kleinen sachen zum beispiel es gibt auch viele mädchen die wovon sie um sechs uhr zu hause sein muss und die brüder um 12 11 uhr ein uhr nach hause kommen wo das kein problem war wir sind aufgewachsen in einer gemeinde wo wir lernen als frau zu kochen wie wir unsere männer also später dass wir heiraten dass wir kinder bekommen es geht immer immer druck auf die heirat immer ist der druck auf die heirat die frau sollte so schnell wie möglich heiraten weil wie älter du wärst dann wollen die männer auf einmal die und als kleines mädchen versucht man sich mit den tanten und die nichten mitzumachen und auch die gleichen gedanken und gefühle zu haben aber dann bekommt man das gegenteil weil in die schulen und die gemeinden und mit an von anderen von der regierung zum beispiel lernen wer das jungen und mädchen ganz gleiche kinder sind und es ist okay wenn die zu zweit spielen wenn sie zehn sind zum beispiel und das ist dann ein kleiner unterschied und dafür wollte ich eigentlich zurückgehen zu dem was ich sagen wollte die zweifel wenn du die bücher öffnest dann wirst du erst merken was dein islam ist also du liest erstens musst du gucken wie du das liest weil es ist auf arabisch viele übersetzungen kian sind nicht das richtige also ich habe viel versucht mehrmals zu übersetzen und dann mehrmals die gleichen antwort zu bekommen es war ein langer prozess bis dahin und danach vergleicht man man vergleicht die normen und werten was eigentlich menschlich ist ich meine ich finde es zum beispiel ganz normal wenn da wenn ein man seine mutter nicht befriedigt er steht auch im koran und dann denke ich mir bei diesen er zum beispiel wieso sollte ich diesen nutzen und fünfmal am tag sagen obwohl ich weiß und meine geschwister wissen dass also ich brauche ein mutter nicht zu befriedigen oder mein vater das ist normal also die normale normen und also die normale normen und waren wie sagt man das normen normen und waren also die würde also ganz normalen menschen denken das gleiche also brauche ich kein buch extra dafür um mich daran zu halten und das sind viele sachen absolut also im moment ist das tatsächlich für mich so dass ich gesehen habe dass es keine wirklich keine wirklichen werte in dem islam gibt die ich nicht auch da draußen finden kann in der außer islamischen welt dazu brauche ich nicht den koran und durch den leben zu laufen der koran bedient sich so ähnlich wie das christentum auch solchen totschlag argumenten du musst mir folgen oder du kommst in die hölle oder du bist zum beispiel in der koran steht weil viele jetzt sagen und ich bin auch die gleiche so war ich die gleiche meinung alles im koran ist für jede zeit und jeder zeitberg also normalerweise würde der koran mein hilf wie nennt man das also meine hilfe sein auf meinem weg also für meine recht leitung aber dann lese ich zum beispiel dass allah dem propheten gesagt hat dass frauen in seiner zeit in seinem dorf zu ihm kommen wollen können und ihm dann sagen können okay profiten ich möchte mit dir schlafen und der profil sagt okay komm das ist kein problem und das gehört nicht zum sinne dann denke ich mir das ist ein ganz komplex also hier fing das an wie kann gott wie kann gott sagen die frauen im dorf dürfen zum propheten gehen und sagen wir eine artik lenefz also leuer herbe lenefzik also du gibst dich selber also du gibst dich selber frei ich darf sagen wenn der profiten da ist es hellen für jede muslima ist es hellen zu sagen ob profite ich möchte einen tag mit dir schlafen und das denn zu nehmen und dann ein paar suchen weiter steht wenn ein mann eine frau also zwei menschen die einander lieben und eine beziehung eingehen das ist hallo obwohl die beiden wollen und dann komme ich wieder zurück zu die sklaven ein also die hijab ist nur für die frau die muslima ist und frei ist und die labda also die sklavin auch wenn sie muslima ist dürfte sie kein hijab tragen kein hijab und die hatten dann die vorschriften von einem mann also der bis von nabel hier bis zum knie hier bis zum knie müsste bedeckt sein und alles oben und unten der kein problem und sie ist auch eine frau und dann denke ich mir so ich habe wirklich so wie wie kann das ich glaube ich ja danke kannst du kurz vorstellen ja ich bin so mehr ich bin von holland ich bin nicht von deutschland ich bin eine marokkanische frau und ich bin auch eine ex muslim und ich habe eine frage wenn ich nicht in deutsch kann sagen dann jemina kann kann ich zu jemina in holland ich sagen und jemina kann das vertalen muss ich habe alles klar übersetzen ja danke ich habe was zu sagen wenn ich zu holland bin gekommen mit meiner vater und mutter von marokko ich war eine kleine mit ihr für ich hasse vorjahr vier jahre ich was vier jahre jemina ok wie sind wir sind zu holland gekommen aber wir haben nicht diese islam wir haben eine freie islam eine vrouw kannst ein hoofddoch und sag ihr hoofddoch nou werden koften machen oder nicht du hast du tun war ihr frei du bist frei zu ja zu ich kann aankleden was je will wenn abba was je wat ik zie jemina is de laatste 20 jaar is er een andere islam naar europa overgeweid de de salafisme het salafisme en heeft heel veel gevaar voor de mensheid met zich mee gebracht waardoor wij als vrije moslims in de eu ook gedwongen worden om nat als hun de islam te praktiseren zoals zij dat willen niet zoals ik dat ken van mijn ouders dus op een gegeven moment heeft was sie sagen will is und das is genau wo ich darauf hingehen zurück zu meinen vorfahren also mijn eltern wenn ich meine eltern und meine oma ansehen die hatten noch tatouagen auf ihren gesicht sie hatte tatouagen hier sie hatte ein koftuch nach hinten sie hatte wenn ich kucke zu meinen eltern meine mama die ist arbeiten gegangen die kannte nicht mal die niederländische sprache die hat normal mit meinem papa diskutieren können über sachen und überlegt weil man meine mama hat mehr an geld beteiligt zum beispiel an einem haus zurück in marokko was zu mei sagen will sie ist von der älteren generation als ich selber und die hat dasselbe mitgebracht wir hatten einen süßen islam einen islam das man nicht in den büchern lesen kann also einen respektvollen islam also wir hatten unseren normen und werten von uns selber mitgenommen und dann aber ist aber die letzten 20 jahre ist das richtig schlimm und ja aber die salafisten also die neuen die 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 extremisten die immer mehr predigt haben und sachen gesagt haben in der moscheen und die männer dann das nach hause genommen haben nach hause und so fingen die probleme an von zu hause an erst hat die man der frau nicht geschlagen bei kleine sachen und danach schon und so will sie dann erklären es gibt ein unterschied darin und man sollte lesen um sein glauben besser zu verstehen oder zu verteidigen hat absolut absolut nur kurz zusammengefasst dann las ich jullie auch verder gehen kurz zusammengefasst was ich damit will sagen ist warum hat die eu dus ich bedoel nicht duitsland of nederland heil de eu salafismen toegelaten want wir haben kein salafismen meegenomen wir waren keine salafisten wir waren gewohne muslims freie moscheen ihre frage ist kian wie kommt das dass europa halt also ganz europa egal wo das akzeptiert hat solche leuten ein publikum zu geben zum beispiel in der moscheen zum beispiel auf tik tok auf facebook was damals war paltak war auch ein chat wo wo die salafisten so geredet haben und youtube die videos mit vielen lügen wo die hälfte von den hadith erzählt wird zum beispiel passt auf euren frauen und seid gut auf mit euren frauen und danach wenn man den hadith weiter liest heißt aber wenn sie nicht hört aber wenn sie ein wort zurück sagt aber wenn sie ihren eigenen kopf hat dann schlagt sie und zeigt ihr was sie machen muss und das ist genau ihre frage wie ist das gekommen dass diesen salafisten diesen extremisten die platz erschafft haben hier mit uns in der eu absolut also stimmig ist so mehr absolut so mehr absolut richtig ja aber zu sprechen ist ein bisschen ich bin deutsch kein problem du hast dein bestes gegeben und die wir haben dich alle verstanden danke vielen dank ja ich habe zu danken dass du hochgekommen ist vielen dank ich will sagen ja ich finde sein spagetti monster helemaal geweldig ich höre alles und ich verstehe alles okay war sehr nett vielen dank ja was soll man von einer religion halten die laut surah 5 vers 101 sagt oder ihr glaubt fragt nicht nach dingen die wenn sie euch offen gelegt werden euch leidtun wenn ihr nach ihnen fragt zu der zeit da der koran offenbart wird sie euch gewiss offen gelegt werden wo allah sie übergangen hat und allah ist allvergebend und nachsichtig dieser koran vers hat mich in letzter zeit also kurz bevor ich den islam verlassen habe sehr gestört denn dort wird ganz deutlich gesagt laut surah 5 101 fragt nicht wenn der mohammed irgendetwas sagt ja dann hinterfragt nicht die offenbarung wer schaltet euren kopf ab und seid einfach gehorsam ich schäfchen und wagt es nicht irgendeine frage zu stellen ja und so ein buch kann niemals eine himmlische inspiration sein wo der faktisch das fragen verboten wird eines der gründe hat mohammed gesagt warum die kinder israel die benny israel verflucht worden sind oder laner bekommen haben ist weil sie gesagt haben leben warum 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 das war zu viel für gott ja dieser allmächtige all weise gütige gott der mit einer unendlichen geduld ausgestattet ist ist nicht in der lage die paar fragen der benny israel der kinder israels auszuhalten und verflucht entzieht die barmherzigkeit den juden weil sie gefragt haben warum 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 ja moses kommt und sagt ja startet eine kuh ja soll es eine dick oder dünne kuh sein ja es soll eine kuh sein weder dick noch dünn von welcher farbe soll sie sein das kam ziemlich am ende aber so ist ein kuh sein oder soll es ein kalb sein und dann wird moses böse und sagt es soll eine goldene kuh sein und dann und dann verflucht seien die kinder israels was sie immer wieder gefragt haben warum 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 und das zeigt dass diese religion niemals auf dem großen markt dort bestehen kann und deswegen fallen unheimlich viele menschen vom glaube ab in der islamischen welt gibt es millionen von atheisten millionen von muslime die sich zurückziehen und sagen mit dieser religion wollen wir nichts zu tun haben hier im westen ist die abfallrate unter jugendlichen bei 24 prozent ich habe das auf meinem youtube kanal habe ich die spitzen prediger die spitzen prediger der westlichen kleriker und schul und imame und hodgers zu wort kommen lassen wie sie sich darüber beklagen dass die jugend vom islam abfällt ja warum auch was hat denn der islam außer kontrolle über die sexualität kontrolle über den gedanken kontrolle über den körper 1000 harams ein unheimlich großes komplexes buch noch schlimmer wenn es um frauen geht weil die frauen sind dann richtig direkt betroffen von dieser misere und erleben dann diese konfrontation dass sie beschämt werden von der familie dann von der moschee gemeinde und dann von der ist von der islamischen gesellschaft ja die diese religion bietet keine konkreten lösungsvorschläge an wie menschen in diesem jahrhundert miteinander besser leben können der islam ist die quelle von gewalt und das zeigt auch dass es keine andere religion gibt auf diesem erdenball die ex potenziell die ex potenziell so viel gewalt erzeugt wie der islam seit dem 11 september hat es über 40.000 islamische attacken gegeben dann über 1000 tote jeden monat durch den durch die hd gruppen keine andere religion produziert so viel blut vergießen so viel mord und so viel gewalt wie der islam jeden monat produziert man muss sich vorstellen seit dem 11 september sind über 400.000 menschen durch die hadis umgekommen im durchschnitt sind elf länder pro monat von jahdi attacken betroffen nennt mir eine religion die sich so aufführt dass sie im westen wie im osten im norden und im süden so viel gewalt auf dem globus erzeugt wie der islam und das könnt ihr studieren ja es gibt eine webseite die heißt sich religion of peace und dort werden die ganzen attentate die ganzen jahdi angriffe werden alle aufgelistet alle die sie bekommen können und ihr werdet aus aus eurem dornröschenschlaf aufwachen der islam ist eine gewalttätige religion weil er gleich richtig ist am hat gewalttätig angefangen und er führt seine gewalttätige ideologie über den ganzen erdball fort darüber möchte ich gerne was sagen viele sachen wird nicht in der media gestellt zum beispiel was in belgien passiert ist mit einem mädchen weil die irgendwie ein djinn hätte und wie die dann rockier gemacht haben die haben so schreckliche dinge gemacht mit der frau dass sie da gestorben ist und der gleichen imam der das gemacht hat ja wer das gemacht hat dann läuft noch immer rund schicht abu schäme gehen mal gucken ihr könnt das überall gucken und jedem auch keine weiß worüber ich spreche das sind so viele frauen so viele muslimischen frauen die mich wussten die denken die denken okay ich habe ein djinn oder wieso verhält ich mich so oder verhalte ich mich so oder warum habe ich diese meinung weil ich glaube mein mann ist unrecht mit mir ich glaube dass ich als frau glaube dass warum sagt dann die ganze islamischen gebäude dass ich eine krankheit habe und das heißt ein djinn ein teufel sollte in mir sein und solche sachen sagen obwohl ich einfach nur sage das passt doch nicht das passt nicht und dann bringen die bringen die mädchen kleine mädchen die von nichts wissen bringen die moscheen im moscheen wird rockier gemacht wie viele vergewaltungen sind da gekommen mit den jungs und mädchen warum kommt das nicht in der media wie viele sind abgehauen aus marokko weil die so viel miterlebt haben wie viele sind gestorben im wasser wie viele sind hier und jetzt in die moscheen die hier die wir hier haben wofür wir die alles dafür bezahlen wir geben unser geld wir geben unser gold wir geben dieser doch wir geben alles und dann kommt ein imam und die geben so viel rechte an einem imam imam um sowas zu machen mit so ein mädchen und ich weiß es sind nicht viele das weiß ich und deshalb rede ich ich bin genau hier um zur rede für genau solche mädchen die nicht sprechen können die keine stimme haben und nicht deren geschichten sagen können ich habe das zum glück nicht erlebt aber es gibt wie viele youtube videos gibt es wo die mädchen gestorben sind gestorben kehren nur weil die gesagt haben du hast ein djinn ja es ist total lächerlich haben also nicht mal das uns immer wieder ja die 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 können jeans nicht beweisen die können engel nicht beweisen die können den shayatin und und iblis nicht beweisen aber sie reden von diesen figuren als wenn die wirklich existieren aber gesehen hat kein muslim will ich habe ja das sieht man auch oft bei tik tok so diese videos wo dann irgendwie eine karte zum beispiel der koran auf dem boden liegt und dann eine katze nicht drauf geht oder irgendwie bei so irgendwelchen kühlen oder so der koran angemacht wird und die dann angeblich zu einem kommen oder so und oder diese leute die angeblich ein djinn haben und dann durch irgendwelche so handgriffe von irgendwelchen imamen da geheilt werden das ist ja auch alles schwachsinn so und vielleicht auch wahrscheinlich gestellt also könnte ich mir auch gut vorstellen und das ist ja auch das problem salaban das problem ist wir werden so erzogen du wirst als kleines kind darfst du darfst du ein kind erziehen mit schlägen wenn er nicht auf dich hört zum beispiel mit sieben musst du den kind beten lernen mit zehn muster beten und falls der nicht betet zeitlich dürfen ich sag nicht alle machen das hör bitte gut zu und ich hoffe dass die leute es verstehen die eltern dürfen die kindern deshalb schlagen weil ein gelehrter das gesagt hat in einem moschee und ich finde schlagen in jeder hinsicht sollte nicht sein weil vor allem beim kind und jedes mal die angst anjagen dass du in der hölle kommst wenn du kein kopfdruck trägst wenn du körperteilen zeigt wie du verbrennst als kleines kind kriegst du solche gedanken ist das normal wenn die dann 18 19 20 sind wenn die eine diskussion versuchen zu machen mit einem partner oder mit vater mutter egal wer ist das immer das erste was sie sagen du bist besessen oft habe ich das jetzt schon nicht mal gesehen sie hat ein team ich weiß ich weiß das hat man ja auch oft gesagt so schätern hatte den kopf gewaschen du bist in die falle von iblis gelandet du hast dein iman ist schwach geworden deswegen schätern in dein herz gegangen und so weiter und so fort das was sie schätern nennen weißt du schätern ist ein schlüssel zu einer tür die mit der sie kritisches denken abschließen ja in wirklichkeit ist schätern nichts weiter als dein eigenes gewissen ja sie nennen es schätern aber du bist im grunde genommen im grunde genommen ist schätern nur dein gewissen jedes mal wenn du zweifel bekommst beschreiben sie diesen zweifel als eine westwasser eine eine einflüsterung von schätern in wirklichkeit ist ein gesundes gewissen ein gewissen dass jeder einzelne mensch auf diesem planeten besitzt ja nur muslime machen aus diesem schlechten gewissen machen sie ließ oder schätern oder jins die mutmen jinn und kaffer jinn die dir was einreden sowohl gutes als auch schlechtes damit schalten sie kritisches denken aus und du bekommst selber angst ich habe jahre gebraucht bevor ich den islam verlassen habe weil ich nämlich gesagt habe meine zweifel die ich habe die sind im grunde genommen sind diese zwei für eine einflüsterung von schätern eigentlich gibt mir schätern gerade eine gehirn welche bis ich kapiert habe dass es im grunde genommen gar nicht schätern ist ja das ist diese märchenfigur ja aus aladdin und und den 40 räuber geschichten ist und das im grunde genommen dass nichts weiter ist als mein gutes gewissen meine skepsis meine kritik meine selbstreflexion wieder mich dazu geführt hat dass ich bestimmte teile des korans infrage gestellt habe und das ist es was im grunde genommen die muslime als schätern bezeichnen schätern steht für das gewissen deswegen ziehe ich meinen virtuellen hut vor 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 schätern ja schätern ist eine sehr interessante protagonistische gestalt im christentum wie im islam schätern will uns eigentlich satan luzifer belzebub wie immer du ihn nennen willst ist eigentlich eine gestalt die die eigentlich nur sagt junge was ist mit dir los kannst du nicht selber durchs leben gehen kannst du brauchst du krückstöcke die allah oder die jesus heißen oder die sonst irgendetwas heißen bist du nicht in der lage alleine durchs leben zu gehen brauchst du unbedingt immer für alles eine anweisung ich hatte eine die juristische webseite von ayatollah seyyid mohammed russain vatilla auf deutsch geleitet dieser mann war der vater der hezbollah in libanon ja also wenn wenn er gesagt hätte diesen 40.000 kämpfer im libanon auf nach israel dann wären die dahin gegangen ja und mohammed russain vatilla seine institution hat mir erlaubt dass ich fattwurst in deutsch beantworten darf habe ich gemacht und da haben sich jeden tag sehr viele männer wie frauen bei mir gemeldet und haben solche fragen gestellt dann lacht ihr euch tot frauen zum beispiel entschuldigung darf ich leggings tragen darf ich lippenstift tragen darf ich meine wimpern ein bisschen schön machen darf ich meine augenbrauen zupfen und ganz idiotische fragen die männer mir gestellt haben ja wo man wirklich sagt junge habt ihr dann keinen einzigen verstand das alleine mit euch auszumachen ja dann für alles haben sie sie haben ihr gehirn an der moschee tür abgegeben und haben es diesem diesen schul gegeben die dann für sie alles geregelt haben und das ist das problem dass du im islam irgendwann mal aufhörst für dich selbst zu denken und dann über gibst du dieses denken diesen imam und die denken für dich und dann glaubst du das unreflektiert aber da ist so ein haufen mist habe ich in meiner lebenszeit als muslim gehört dass ich einfach gesagt habe nein das mache ich nicht mehr mit ja und dann als ich fragen hatte an meine muslimische gemeinde da muss ich achi jetzt achte jetzt darauf scheitern kommt jetzt hier quatsch in dein ohr achi ich bitte dich mach das nicht jetzt musst du aufpassen scheitern will dass du ausrutsch und wenn du an jaum ja mal dann auf dem serater muster riem läuft dann ist der ganz dünn weil du weil du so viel zweifel gehabt dass du fest nach links oder rechts dann ganz schnell runter und es ist eine totschlag religion weil es nicht nicht denken lässt ja das fängt ja an bei der erziehung und deshalb versuche ich so weit wie möglich zurück zu gehen da zu gucken da zu gucken wo das problem angefangen hat um erst mal zu sehen was wir dann für eine lösung dafür finden da muss man erst mal da muss man erst mal bei sich bleiben deshalb verstehe ich das immer nicht wenn muslime erstens ich glaube wenn du ein buch kritisiert glaube ich der bruch sollte das selber verteidigen also wenn ich die verteidigung nicht in dem buch gefunden habe ist mir egal wer hier hoch kommt und mir versucht zu erklären mit seine wörter und wie er das denkt das ist was ganz anderes weil ich finde wenn das das wort gottes ist sollte er so schlau und so groß sein und genügend gedanken gemacht haben bevor er diesem buch überhaupt gegeben hat sollte er wissen dass wenn die zum beispiel die unglaubigen versuchen so tricks zu machen oder irgendetwas dass das buch sich selber schützt und das ist auch was ich gelernt habe ich habe immer gelernt und immer gehört das buch gekriegt auch in der moscheen der buch 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 ja also na gut da gab es kurz ein problem ich will mal ich will auch paar frauen die grell geschminkt in meinen stream reinkommen und sagen der islam behandelt von frauen wie königinnen wie königinnen ja da da möchte ich mal ein paar punkte nennen ich bin eine stolze muslimische frau als ehefrau ist mein mann berechtigt drei andere frauen zu heiraten aber eine frau kann nur ein mann heiraten ich sehe schon wie königlich der islam die frauen begünstigt ich bin eine stolze muslimische frau als ehefrau muss ich mein ehemann gehorchen wunderbar als wenn eine beziehung nicht aus zwei lagern besteht die sich gegenseitig ergänzen statt hund und 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 her ja ich bin eine stolze muslimische frau als ehefrau steht mir nur ein drittel des nachlasses meines mannes also des erbes zu wenn er nur eine frau hat ja das sieht auch noch mal ein bisschen anders aus dann hat sie wenn sie wenn er mehrere frauen hat dann steht ihr nur 13 viertel zu oder ein 32 von von dem wenn sie keine kinder hat dann ein viertel und wenn sie kinder hinterlässt dann wird es wieder weniger ich bin eine stolze muslimische frau während die männer alles tragen können was sie wollen muss ich meinen ganzen körper bedecken außer meinem gesicht und meinen händen und bis zu meinem fußgelenken ich bin eine stolze muslimische frau ich kann mich nicht von meinem mann scheiden lassen wenn er nicht zustimmt das scheidungsrecht liegt komplett in den händen der männer was für eine gerechte königliche religion die frauen so königlich begünstigt dass denn nur der mann sich von dieser frau scheiden lassen kann also ich war mal in den haken unterwegs in holland und da waren so männer mit verschleierten frauen und wirklich die männer alle nackt in badehose frauen komplett verschleiert und die männer schauen dann sogar nackten frauen im bikini einfach hinterher genau und dann interessant ist dass eine frau sich zum beispiel nur scheiden lassen kann wenn sie wenn sie sich durch roll scheidung durch zurückgabe der morgengabe entscheidet das heißt wenn sie das geld wieder zurückzahlt das sie bekommen hat von dem mann oder die sachleistung die der mann ausgezahlt hat dann kann sie sich scheiden lassen wenn der mann darauf eingeht aber das absolute scheidungsrecht liegt beim mann dann zu der kleider zu der kleiderordnung nach der scharia muss sich der mann nur zwischen bauchnabel und knie bedecken er kann also wirklich wie tatsachen den ganzen tag rumlaufen und niemand niemand kann irgendetwas kann irgendetwas sagen während die frau sich komplett bedecken muss für die aura ist von einem mann nur zwischen bauchnabel und knie und die aura einer frau ist faktisch alles alles sogar ihre stimme kann aura sein ja und das ist richtig übel ja dass das im islam die frau einen hohen preis dafür bezahlen muss weil der mann sich nicht unter kontrolle hat und was für eine beleidigung für die männerwelt dass frauen sich bedecken müssen weil der islam männer wie tiere einschätzt wie wilde reißende wölfe oder löwen die sich nicht benehmen können wenn sie in der gegenwart einer schönen frau sind oder einer frau die sich anzieht wie sie sich anziehen möchte ja und das ist eine beleidigung auch für mich als mann als ich dann vom islam weggegangen bin als ich murrtat geworden bin und ich habe das erste mal einer frau die hand gegeben habe ich gesagt fuck da ich bin nicht sofort geil geworden ja und habe gesagt verdammt verdammt ich will sofort mit dieser frau in die kiste springt dieser mythos dieser bescheuerte mythos dass das handschütteln irgendwelche sexuellen gefühle auslösen oder das mit einer frau zusammensitzen irgendwelche sexuellen gelüster auslöst kommt nur von einer religion die ein gestörtes verhältnis zwischen mann und frau hat nur so eine religion kann so ein szenario entwerfen und dabei leben muslime die ganze zeit in deutschland in einem gebilde das bereits schon bewiesen ist dass männer und frauen miteinander ziemlich locker umgehen können und wenn ein mann und eine frau miteinander schlafen wollen dann ist es deren sache wenn sie beide einvernehmlich zugestimmt haben dann ist es völlig egal aber nach dem islam ist die frau ein feind des mannes und der mann ist ein feind der frau und deswegen heißt es auch die frauen können in die moschee gehen besser ist es aber wenn sie zu hause bleiben ja die männer kontrollieren das rausgehen der frau weil die frau könnte ja da draußen ja dinge anstellen ja sie muss um erlaubnis bitten wenn sie das haus verlassen möchte und so weiter und so fort also sorde 34 sorde 4 vers 34 nein ist es sorde 34 vers 4 oder ist es sorde 4 der prügel vers oder der prügel vers ja ja 4 vers 34 ja genau darüber wollte ich auch eine sache sachen und hier will ich gerne zu den frauen also kannst mein bild wieder hoch machen ich will gerne zu den frauen sprechen die musliminnen selber und nicht muslime egal wenn du interessiert bist im islam ich will auf keinen fall sagen oh du musst raussteigen das ist gar kein leben das ist nicht mein ziel mein ziel ist die frauen sollten erstmal eine sache machen und diese sache habe ich gemacht hier ich habe mir aufgestellt also ich habe die rechten von der frau hier in deutschland angeguckt also ich habe das alles zum beispiel was passiert wenn ich vergewaltigt werde auf der straße oder ich werde verkauft was dann passiert in der deutschen staat oder wenn ich als frau als ehemann mich irgendwas antun will schlägt oder welche rechte habe ich hier in deutschland und die rechten von deutschland habe ich wirklich mit der rechte im koran also scharia und dann glaube ich dass ich dir erklären kann dass du dann so ein besseres bild machen kann zum beispiel ich habe noch nie gedacht dass hier in deutschland wenn du verheiratet bist und dein mann vergewaltigt dich also er schläft mit dir ohne dass du möchtest das ist eine vergewaltigung also du hast nein gesagt du möchtest nicht du hast keinen bock du bist nicht krank du hast einfach kein bock und wo ich dann gesehen habe das hier dass ich selbst mein ehemann dafür eine anzeige machen kann da habe ich gedacht okay das sind die kuffar und ja ich weiß es nicht ich guck mal in mein glauben das was der scharia ist was normalerweise allah uns alle befohlen hat und da habe ich dann gelesen kian dass es gar keine vergewaltigung gibt es gibt in der scharia gar keine vergewaltigung und dann gehen wir mal zusammen alles in surat talaq ayya fiya wa la ilam yahilm kleine mädchen die nicht mal ihre tagen haben dass es erlaubt ist die zu heiraten also das erlaubt ist als vater die die zu verheiraten also und dann habe ich gedacht okay dann gehe ich mal wenn das im koran so ich gehe mal zum propheten ich gehe zum propheten und gucke ob er es gemacht hat und dann gehe ich zu ahalit sahih al-bukhari 6000 6 1 3 0 6 130 oder sunnen ibn mejah 1876 oder sunnen nassara 3328 für die leute die gerne aufnehmen und gerne mal lesen würden da steht genau drin wie haisha selber gesagt hat ich war 6 und er ich war 9 wo er mich befrieden also wo ich mit ihm geschlafen habe in dem bett von meinem vater und in seinem haus und ich habe spiele mitgenommen ich wusste nicht was mit mir passiert war das waren ihre wörter ihre und da stand keine 18 jahre da stand nicht dieser die hatte große brüste oder ein riesen arsch die hat die haben ihr zwischen sechs jahren und neun jahren haben die ihr thomas gegeben also daten gegeben und viel essen gegeben damit sie ein bisschen dicker wird damit der propheten mit 53 jahren ihr befriedigt und wenn du auf diesen punkt gekommen bist leute wenn du hier kommst dann will ich nur eine frage klar stellen wie kann ein allah wie kann ein gott sowas so sowas und es gibt nicht mal einfach vergewaltigung es gibt keine und vor allem vor allem vor allem vor allem diese dumme unsinnige regelung dass vier zeugen eine vergewaltigung einer frau gesehen haben müssen und diese vier zeugen müssen tatsächlich alle aussagen dass diese frau von einem mann vergewaltigt worden stellen ich ja stell dir mal vor stell dir mal vor es sind nur drei männer die diese vergewaltigung gesehen haben dann ist es nicht gültig es müssen tatsächlich vier männer sein die es gesehen haben es ist auch keine vergewaltigung wenn der mann mit runtergezogener hose auf der frau liegt er muss in sie eingedrungen sein damit es eine vergewaltigung ist und noch dümmer wird es dass diese männer gucken dass eine vergewaltigung stattfindet statt dazwischen zu gehen also vier zeugen zu haben die sich faktisch das szenario angucken ist völlig idiotisch und wenn sie eine eine anlaufende vergewaltigung unterbrechen dann ist das keine vergewaltigung das gericht wird sagen gut der mann lag mit untergezogener hose auf dieser frau drauf aber war denn das glied auch in der frau drin nein dann ist keine vergewaltigung also nicht mal sehen das ist so unglaublich dumm diese scharia regelung dass ich wirklich eine schande gefunden habe und das sage ich ja mit dem hijab warum schau mal wenn ich ein schönes auto fahre ein richtig gutes schönes teures autofahrer und jemand kommt zu mir und sagt du sperre dieses auto in eine garage und macht das nie wieder auf ja und fahr damit auch nicht auf der straße rum weil das auto könnte ja geklaut werden ist das gleiche wie mit dem hijab ja sagt eine frau sie soll ein hijab umlegen weil sie ist schön und sie könnte ja belästigt werden der koran hätte klüger entschieden wenn er sich den männern gewidmet hätte statt nur den männern zu sagen senkt eure blicke hätte der koran auch sagen können wo ihr männer wenn ihr auf fünf meter nah an frauen herankommt wird es eine schwere sünde für euch und derjenige der eine hand an eine frau anlegt kommt sofort in die hölle ohne befragung aber jetzt muss die frau die ganze last der gier der angeblichen gier der männer tragen sie muss den preis bezahlen für die unkontrolle für die nicht kontrollierbarkeit von muslimischen männer muss die frau dafür einen preis bezahlen und das ist wirklich also daran habe ich gemerkt dass der islam ist wirklich eine lächerliche sache die zweite sache es gibt so viele suchen im koran wo die frau hinter ich sag mal auf deutsch wie sagt man das euch so damit ich nicht gesperrt werde weil wenn du zur toilette geht und du machst es groß kann man das sagen es kommt erst danach die frau und wenn du die ganzen ls und den kontext und der tfzir und und tfzir und also nicht nur was darum genau gestehen aber warum ist es runter gesandert worden durch allah und wenn du dann die geschichte ließ dann denke ich mir meint ihr also nicht nur das aber die frau ist ein feld wo die männer auf laufen können oder sie oder die darf nur zu hause bleiben oder im hadith zum beispiel wo die propheten selber im sahih al-bukhari gesagt hat die frau ist wie ein scheitern also wenn sie dich als man wenn du eine frau du bist ein mann und du siehst eine frau draußen und es macht dich an geht zusammen im schi zu ehlek also geht zu deine geht zu dein zuhause zu den frauen und befriedige denen und dann ist der propheten zu sein das habe gekommen und hat gesagt ja die frau kommt und geht bis sie vertreten also wie es ist ein teufel in ihr und danach kommt der prophet und sagt ich habe in einer nacht mit neun frauen geschlafen mit einem rüssel mit einer waschung und wenn man dann solche sachen liest kian und ich hatte immer die liebe für den prophet also ich habe immer gedacht der prophet ist das best den besten menschen auf die welt so haben wir das mit mitbekommen als gebürtige muslime und dann liest man solche sachen und es ist einfach sahih und es ist nicht weggenommen und dann denke ich mir es geht hier richtig was falsches ab weil der propheten sagt wenn du am beten bist sind drei sachen was die gebet kaputt machen können und das sind ein schwarzer hund ja ein esel und eine frau diese frau die steht wie meine mutter wie meine geschwister wie mein oma also wenn mein vater betet und meine frau muss also meine mama muss was holen und sie läuft über mein papa vorbei also nur vorbei dann hat muss mein vater aufstehen vom gebet die waschung neu machen und wieder neu beten weil allah meine mama sieht wie einen schwarzen hund und ein esel und solche sachen kennen die leute nicht die kennen das nicht von außen ich war mitte drin und genau deshalb habe ich gelitten ich habe meine ruhe nicht bekommen es war immer gegen mein es war immer gegen mein mein achler gegen mein nefs was ich gehört haben wegen deren lügen und du musst so lieb sein zu den zu den juden und christinnen der propheten hat einen das ist auch ein sehr schöner der propheten hat ein nachbar gehabt der jude war das hat er nicht gehabt weil wo er im mekka erobert hat waren gar keine nicht muslimen da die waren getötet oder sind abgehauen also ist es eine lüge die lügen uns an die die predigen mit lügen damit wir aufwachsen mit hass gegenüber die anderen gegenüber die christinnen die juden die nicht muslime die atheisten die gotten anbieter die steinen anbieter die ich hatte ein angst wenn ich in einem thema wo ein homosexueller ist ich und jetzt schäme ich mir dafür ich habe früher nie neben ein homosexuellen sitzen können weil ich gelernt habe ihn zu hassen und wenn wir mal erst mal lernen jeden menschen zu lieben wie auch immer er ist solange er mir nichts wehtut er macht mir gar nichts warum sollte ich ihn hassen warum sollte ich ihn beleidigen bespucken wie oft habe ich das auf die straßen einfach gesehen von jungen leute 16 17 15 jahren alt sind muslime sind marokkaner oder türken oder ausländischen gebürtigen muslimen die da sind mit so einem gedanken kann der problem das problem ist wo es herkommt und die herkunft ist diesen komischen diesen ekelhaften islamisierung und diesen buch die wir glauben dass das die buch ist für die welt aber wenn wir zusammen auf diesem welt leben wollen dann können wir diesen buch nicht nur das nutzt uns nichts was nutzt mir zu wissen dass der bruch dass der halbsohn dass der sohn von propheten sein frau weggenommen worden ist und einem propheten gegeben hat so ist mir ja rasulullah so der ehr ist so der zeit war fertig mit seiner frau noch eine sache wo ich denke wie meinst du mit fertig mit seiner frau das ist eine frau die hatten eine ehe übrigens um für die zuschauer da noch meine erinnerung zu rufen dass muhammad eine vision gehabt hat eine himmlische vision eine offenbarung bekommen hat dass er die ehefrau seines eigenen ziehsohns heiraten soll und eines meinst du mit ihm das mit einer frau das ist mit dem man schnörd. eine frau die ja ist. ich kann sie nicht mehr weggenommen haben dass er die fiel mit ihr sicht. Vielen Dank.